Hey Leute, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Wer ist nachts heute ein Schlaf bewacht? Es sind nicht Polizei und Zoll wieder stramm stehen. Nein, es sind natürlich kleine grüne Feele. Die kleine grüne Feele, die Halle ist nicht sehr leicht. Wenn sie sich nachts in eure Häuser schlagt, dazu muss sie leise sein, das ist Priorität. Wenn es um eure Ruhe bei der Nachtwache geht, wisst ihr, wie sie's macht, auf ganz bestimmte Weise. Sieht sie um eure Köpfe, kleine Ferienkreise. Der Staub, den sie dabei verliert, der tut dazu gut taugen. Morgens, wenn ihr aufwacht, reibt ihr ihn aus den Augen. Doch was ist euer Dank, ihr bringt die Zorn mal zittern. Ihr verschließt die Fenster mit fliegenden Gittern. Ihr undankbares Paar, ihr kommt fast in Tränen. Ihn nicht zu danken, ihr solltet euch was schämen. Schöpfe, kleine Ferienkreise. Schöpfe, kleine Ferienkreise.